Ich glaube ich mache hier die Reisproduktion noch woanders hin und zwar hierher. Dann habe ich die mal so groß und ganz los. So, dann packe ich in meinen Koffer, auf mein Schiff natürlich. So, erstmal machen wir hier Reisklar. Ah, Holz brauchen wir auch. Dann nehmen wir mal die schönen Rohstoffe mit. So, Holz. Werkzeuge machen wir voll. Und Bauzellen machen wir voll. Dann tuckern wir hier runter. Dann machen wir das gleich klar. So. Jetzt brauche ich für den hier auch noch ein paar Werkzeuge. Ja. Hier. Hier rein, danke. So, Werkzeuge bitte. So. Du fährst hierher. So, wie sieht es überhaupt mit dem Dingsen aus? Salatköpfe haben wir en masse. So, jetzt darf ich aber wirklich da einen Reis in Schwung bringen und dann. So, 2000 Grades sind wir los geworden, aber wir kommen trotzdem nicht unter für unsere 500.000. Das finde ich schon mal cool. Das zeigt uns, dass wir Geld haben. Und das ist nicht gerade wenig. So, haben wir denn hier nirgends Diamant. Oh, Menno. Doof. Doof. Doof, 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 doof. Das müssen eigentlich so spezielle Abbauplätze wieder sein, weil das ja doch ein Rohstoff ist, der ziemlich hübsch am Schluss gebraucht wird. Und dann muss das was Besonderes sein. Wie sieht es denn hier aus? Alle hier glauben an ihre Vision. Das spürt man nicht. Ja, der Senat braucht noch ein Stück, aber der eilt ja nicht. So. Ja, wenn man die mehr locken könnte, das wäre schon irgendwo cool. Aber Sushi, da krebsen wir halt ja gerade am Existenzminimum rum. So. Alles auch schon ausgeladen. Das ist schön, dass ihr mir dabei helfen wollt, aber ich komme da selber gut zurecht. Und zwar brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Den hier, da einher, da einher und da und hier nochmal. So. Dann müssen wir natürlich die Felder bestellen. So, das machen wir auch so eben. Alarm, Feuerausbruch. Äh. Wow. Ach, ihr verarscht mich doch. Haben wir hier keine Feuerwehr in der Nähe? Genau, das Haus fackelt mal wieder ab, aber das ist mir worst. Weil die anderen sind safe. Das ist auch gut so. So, da muss ich jetzt mal meine Schnellstraßen wieder basteln. Ich habe ja jetzt die Knete, jetzt baue ich wirklich nur noch Schnellstraßen. Auch wenn sie teurer sind. So. So. Und so. Hoppala. Das war nichts. Müssen wir hier nochmal. So. Upgrade noch kurz. Dann passt das. Dann riecht wir eine neue Handelsroute ein. Neue Handelsroute. Von hier nach hier. Und zwar einladen. Und zwar, wo ist er denn? Der Reis. Ausladen. Reis. Und zwar dieses Schiff. So, schließen. Ich habe aber leider hier noch keinen Reis. Es kommt aber gleich. Du machst erstmal Pause. Nicht, dass du mir ohne Reis davon fährst. So, ein bisschen was haben wir. Dann könntest du jetzt. So, wie sieht es hier mit den Nudelgerichten endlich aus? Ja, sind wieder am steigen. 16 Stück. Seid ihr zufrieden? Ne, Sushi fehlt euch. Kommt aber gleich. Da müsst ihr euch nicht runter tun. Das kommt gleich alles. Ach ja. Ja, ich wollte ja hier auch noch meine Communicator produzieren. So. Dann muss ich ja hier nochmal so einen Produktionszweig aufbauen. So. So was brauche ich. Und so was brauche ich. Registriere Energieknappheit. Ja, hier ist schon wieder die Energieknapp, wie immer. Feuergefahr eliminiert. So, so schon haben wir wieder. Feuergefahr eliminiert. Wow. Ja, kein Wunder, weil mir das Haus eingestürzt ist. Und ist ja eliminiert. So. Muss man hier wieder rumtun. Drum rumtun. Jetzt muss ich aber hier mal wieder Gebäude aufmotzen. So. Und Schnellstraße natürlich. Dass hier alles viel besser läuft. Kann man ja sonst nicht hier anbieten und so. Sonst brauchen wir hier die Produktionsketten wieder ewig. Warnung. Produktion gestoppt. Äh, welche Produktion ist denn hier schon wieder gestoppt? So, nee. Hier die da. Nee, bitte, bitte. Ich glaube, ich muss hier auch noch schnell Straßen herbasteln, weil sonst... ...drehe ich hier noch durch. Dass hier immer derselbe Betrieb hier rummeckert. Das kann doch nicht wahr sein. So. Dann dürfte alles ein bisschen schneller funktionieren wieder. So. Das kleine Gebäude kommt auch klar. So, noch ein paar da. Straße-Line. Dann haben wir das auch wieder. Haben wir zwar Geld verballert, aber jetzt auch nicht so die Ummenge. 105. Die Kohle haben wir. Weil so weit sind wir denn erst schon. Dass das doch ein bisschen reinhaut und so. Wie sieht's denn jetzt aus? Wie sieht's denn überhaupt mit euren Molke-Drinks aus? Die sind auch abnehmend, sind aber noch bei 111. Pasta-Gerichte sind steigend. Ich versuche mal, den Handel auf Pasta-Gerichte zu stoppen. Communicator kaufe ich auch schon ein. Habe ich auch total verdrängt. So. Nach ökologischen Gesichtspunkten geplant. Ja. Sehr vorbildlich. Ja, Alter, das ist ja phänomenal, aber... Huch. Das ist ja doch ein bisschen abartig, was du hier rausdonnerst. So. Ich wollte Stufe 4 gucken. Ach, haben wir nix. Ist ja toll. So. Kommt das alles in Fahrt? Ist das alles in Fahrt? Hier haben wir eigentlich noch genug. Salat haben wir auch en masse. Ich glaube, ich nehme mal ein paar Communicator mit und ein bisschen Salat. Ich glaube, dass das Schiff einfach nicht mehr hinterherkommt. Ja, ich bin zu dämlich. Was mache ich denn heute? Das gibt es ja nicht. So. Was könnte ich denn erzählen, sobald bis hier alles wieder läuft? Hier schalte ich mal ab. Ich hoffe heute mal endlich wirklich drauf, dass da endlich mal die Mission fertig wird. Aber solange das Essen und alles noch nicht stimmt, brauche ich da nicht drauf hoffen. Hier läuft auch schön langsam wieder alles an. So. Dann hoffe ich mal, dass das bald funktioniert. Aber ich glaube, hier ist ein bisschen viel, bitte, äh, Zeug zum Produzieren. Ich glaube, dass ich hier noch eine Straße hier rüber ziehe. Wenn ich es könnte. Hier komme ich nicht rüber. Hier komme ich vorbei. So. Dann können wir hier noch ein bisschen entlasten, wenn es wäre. Und hier kommt, glaube ich, noch so ein Sushi-Betrieb her. Denn ich glaube, der ist jetzt von Nöten dann. Dass die schon gar nicht mehr auf 100% laufen können, weil alles eh schon hier ziemlich am Exitus ist. Ich hoffe, du hast jetzt besondere Waren für mich. So weit wie für die Letzten. So, was ladest du ab? Werkzeuge. Eine Tonne Werkzeug. Ist klar. Items. Äh, nee, Handel. Euch. Äh, euch hau ich raus. So, weg. Bauzellen können raus. Communicator lasse ich lieber mal noch. So. Haben wir die Kapazität erfüllt? Was produzieren wir hier jetzt an Reis? 23 Tonnen. Ist jetzt nicht so der Brüller? Oder ist hier gerade das Schiff weggefahren? Da ist es ja. 40 Tonnen kriegt das zusammen. Ich kann mir schon vorstellen, welche Produktion da schon wieder gestoppt ist. Was? Ja, bis voll. Gut. Passt. So, guck mal nach. Interessiert mich brennend. Okay. Mal was Neues. So, Bauzellen sind wir wieder am Maximum. Na, 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 na. Irgendwelche Bedürfnisse nicht mehr erfüllt. Ja. Der Fischfang. Der Fischfang ist mittlerweile auch ein ziemliches Problem bei mir. Der will auch nicht mehr so. Energieversorgung mangelhaft. Es ist mir gerade Pelle. So. Das dürfte reichen. Ein Offshore-Windrad. Nicht genügend... Ah. Fucking. So, dann ballert man in die Handelsroute natürlich den Fisch auch noch rein. Ausladen den Fisch, bitte. Danke. Dann können wir hier schließen. Eigentlich könnte ich die ganze Reisproduktion umschaufeln. Also ich das von hier hier rüber ver------- fahr-- Eieieiei. Das ist heikel. Das ist jetzt nicht unbedingt der...